So, es ist 10.55 Uhr, ich bin jetzt hier in Oberschleißheim beim Schloss angekommen. Jetzt muss ich aber erst mal gucken, wo ich hin muss. Hier ist irgendwie was mit Touristeninfo und so ein Laden, da frage ich gar nicht mal. Weil hier gibt es ja das alte und das neue Schloss. Und Schloss Lustheim gibt es auch noch. Also hier ist so ein Plan, kann ich euch mal zeigen. Sonne scheint heute leider nicht. Sonne scheint heute nicht. So, dann gehe ich mal zu dem Laden. So, Touristeninfo, mal gucken. Da ist ja auch noch mal hier ein Tor, wo es überall durchgeht. Mal gucken. So, dann geht's ja auch noch mal hier. So, dann geht's ja auch noch mal hier.